ja ich grüße euch jetzt zum zwölften teil unserer video reihe über staatsangehörige über die wahlbetrug und auch die probleme mit der staatsangehörigkeit so ich fasse mal zusammen im teil 11 haben wir ja hergeleitet wie das mit dem personalausweis und dem verfahren funktioniert und wir setzen jetzt hier noch mal fort ich fasse mal kurz zusammen wir haben uns eine vollständige datenauskunft besorgt haben eine kopie davon gemacht das original sichergestellt die kopie weiterverwendet wir haben uns eine meldebescheinigung besorgt haben uns eine kopie gemacht das original sichergestellt nur die kopie verwendet wir haben was gesagt dass das unterschrittspad nicht benutzt werden sollte weil das eine ziemlich gefährliche geschichte ist und vor allen dingen weil hinter eurem rücken abtretungsurkunden eurer staatsangehörigkeit gemacht werden kennen vor allen dingen ist ja wenn das passbild von dem antrag runter kommt kann ja dort im prinzip irgendein anderer mit einem anderen passbild mit eurem namen und im richtigen pass durch die gegend laufen das merkt er ja nicht ihr habt unterschrieben dann ist ja im prinzip geheimdienstlichen passen und fälschungen tür und tor geöffnet weil es ist halt ein antrag ja wir wollen den leuten nichts unterstellen aber wenn sowas schon passiert ist das schon achtungszeichen wert weil ich kann mich nicht daran erinnern dass auf solchen ausreiten die passbilder runter getrennt werden dort geht nächste geschichte wir haben uns dann gesagt darüber verständlich dass wir einen reisepass benötigen der reisepass ist ja nicht dazu da dass man jeden tag große reisen macht sondern dass wir ein passdokument haben was dem passgesetz genügt dabei ist es eigentlich völlig belanglos wer den ausstellt weil diese reisepass immer sieht man in der ddeckkarte ohne personaleigenschaft ist die ermöglicht dass man sich innerhalb von deutschland ohne abend als zudem frei bewegen kann und auch ins ausland reisen kann damit vor einigen jahren also ich kann mich schon erinnern 2012 konnte man mit dem personalausweis noch bis ägypten reisen aber diese zeiten sind vorbei und es wird auch nicht mehr lange dauern dass man mit dem europäischen reisepass durch die kante kann und dann muss sich die bundesrepublik sowieso etwas einfallen lassen denn wenn sie noch einige andere staaten ärgert geht es mal ganz schnell dass der europäische reisepass der bundesrepublik nicht anerkannt wird weil es kein statt des dokumentes das wird interessant wie man das dann den leuten erklären will wir wissen ja wie es zusammenhängt so nachdem wir also das alles haben wir haben unseren personalausweis überlegen wir uns jetzt wie wir den reisepass aus den personalausweis ausklinken so gewiss solange wie die dinger eingetragen sind ob es der hund gefressen hat aber sie verloren hat oder ob es irgendwo liegen gelassen wurde spielt keine rolle so lange wie die dinger eingetragen sind seid ihr personal und kommt aus der nummer raus das heißt ihr kommt nur raus mit abgabe gegen abgabequittung macht ihr gleich auf dem schreiben oder so vorbereiten oder durch verlustanzeige dann wird das ding verlustig gemeldet dann solltet ihr wenn man den wieder findet den wieder abgeben und austragen lassen kann ja sein dass das ding mal beim umzug wegkommt oder der katz damit spielt keine ahnung so wichtig ist es darf zu keiner zeit ein personalausweis eingetragen sein der auf euren namen läuft weil sobald ihr personal seid entscheidet der chef über eure dinge so müsst ihr vorstellen wie in der firma chef entscheidet und wenn also der chef beispielsweise die frau merkel ist und es wird bei euch eine menschenrechtsverletzung oder eine grundsätzliche rechtsverletzung gemacht wie zum beispiel ihr kriegt kein urteil ihr kriegt nur eine ausfertigung und es wird erzählt dass das ein urteil sei und der rechter für diese falschaussage auch nicht ins gefängnis wandert obwohl es eigentlich bereits schon den tatbestand des hochverrats erfüllt weil er ja den staat in fremde wächte bringt wenn er sein eigenes gericht sozusagen in einem feindstaat unterstellt das land von hofer als verfahren wir können uns leicht überlegen warum das alles nicht geahndet wird weil gewollt ist dass in diesem land chaos und und recht unordnung herrscht damit man dann das neue system was dann ja uns deutschen unsere heimat wegnimmt ja angenommen wird das ist eigentlich das die leute freuen sich dann dass sie eine eu-bürger sind sind dann bürger in der bank also haftungskapital und die ezb ist jetzt schon pleite das wird eine interessante nummer wenn die leute aufwecken so brutal deswegen sich kümmern und kümmern kann man sich mit der wahlbenachrichtigung das heißt der nächste schritt nachdem einen reisepass hat her so abgegeben hat die quittung hat dass man es abgegeben hat also es muss das siegel in der stadt in der mitte war links auf der seite unterschreibt die stadt rechts auf der seite der seite souverän unterschreibt ihr unterschreibt nicht links er schreibt unterschreibt rechts in der mitte kommt weder text ins siegel noch eine unterschrift ins siegel uns ungültig muss dann mehrere exemplare mit haben und das mit denen so lange üben bis es klappt und das siegel muss genau auf 12 uhr stehen sonst hat sich das so das ist die sächsische siegel ordnungs ist auch in preußen so gewesen ist in bayern so gewesen überall das gleiche davon will heute keiner mal wissen weil sie alle keine gültigen siegel abbringen wollen selbst ein amtsgericht wir haben uns für 25 euro mal den geschäftsverteilungsplan original bringen lassen mit einem nieder und drinnen und den blauen siegel natürlich auch wieder mit siegelbruch da steht dass das siegel auf halb acht also halb acht ist aber nicht erst nicht senkrecht und reingemalten siegel sowohl mit text als auch mit unterschrift also sozusagen ein siegelbruch und das durch eine urkunstbeamtin siegelbruch wisst ihr kann also bis zu zwei jahren haft bedeuten im prinzip müsstest du alle urkunstbeamten die auf irgendwelchen amtsgerichten die siegel ordentlich aushaltigen mit siegelbruch bestrafen anders nicht aber was kommt zeit kommt rat ja wenn das system fällt irgendwann um und dann werden die leute brutal abwecken wird ausgehen weil die alle ihre urteile raussuchen und feststellen was ist denn das so und als unrecht kann kein rechter wachsen solche dinge auch bei jahren auch nicht so lange wie irgendein staat in anführungsstrichen mit den usa im krieg ist und das ist also das deutsche kaiserreich und auch die warme republik und nationalsozialismus und bundesrepublik ist mit usa im krieg verjährt nichts ist eine gesetzliche amerikanische norm aus dem jahr 1947 und die gilt bis heute so das heißt wenn sie euch was von verjährung erzählen das ist alles nur keks damit sie die verfahren nicht beenden müssen weil ihr kriegt ja kein urteil und ohne urteil laufen verfahren ewig so und die warten also auf den jüngsten tag dass der liebe herrgott den ordentlichen hindern was holt ja man kann doch wetten aber es dauert ja nicht mehr lange der letzte papst ist schon im amt und der mann ist auch schon alt und soll ja noch biblischer prophetie obmachung 17 kein neuer papst kommen so nach ihm kommt der antichrist also dieser papst wird seine macht im vatikan einem weltlichen despoten übereignen das kann jederzeit passieren und das ist der einstieg in die sogenannte endzeit die an die apokalypse ja dieses siegel mit der 666 wir sind also nicht weit davon entfernt wir wissen dass die ganzen staaten konstruktionen wir erschossen alles von heimauern gegründet und kontrolliert werden das liegt einfach daran weil die wohnstandshäuchler die hier in dem land leben denen alles egal ist hauptsache ich habe mein auto mein kredit meine dort und so weiter und denen ist das einfach egal was er aus der heimat wird leuten die also ihr heimatrecht für den dreck achten und anderen leuten zwangsmaßnahmen androhen zu denen sie oder auch ausführen zu den sie gar nicht berechtigt sind denen gehört einfach das heimatrecht entzogen wo sie überlegen wo das heimatrecht herkommt das geht also bis dreieinhalb bis sieben tausend vor christus da waren die außengrenzen noch ein bisschen andere jetzt war deutlich größer wenn man den dann das heimatrecht entzieht haben sie ein ordentliches problem gut früher oder später wird es durch schutzgebiets abkommen dazu kommen weil deutschland derzeit das einzig silvente land ist in also nicht deutschland sondern deutsche kaiserreich deutschland selber ist ja pleite ja dann werden sie sowieso alle betteln kommen im schutzvertrag und dann sind die außengrenzen wieder die von den alten germanen dort und vorgewalt also die aussichten stehen gut muss man sehen was passiert man wollen ja dann den ereignissen nicht vorgreifen aber die zahlungsbilanz sagt es halt so und als personal haftet man natürlich dann auch für die ganzen schulden weil alles das was der bund an schulden aufhäuft also alles das was einnahmen minus notwendige verhaltungskosten minus besatzungskosten übersteigt ist staatsvermögen und das muss der bund an den staat also den kaiserlichen staat abführen spätestens beim friedensschluss dann kann er neben der ecke kommen und sagen er hat nichts aber es ist bei denen holen die er noch personal sind muss es so ganz klar sorgen und das bedeutet auto weg kredit weg schlecht das heißt früher oder später kommt der ausstieg und da sollte man sich schon einmal das chefgesetz 52 sicherstellung und beschlagnahmung von vermögen genau an angucken und da steht nämlich drin dass das staats etwas dass das eigentum von den bundesstaaten angehörigen nicht gependet werden darf das ist der grund weshalb man alle zu eu bürger machen will das heißt man schwarzt den leuten irgendwann offen er hat doch schon jahrelang an eu reisepass also seid ihr doch eu bürger das ist nicht wenn man jemand das aufzwingt entsteht ja kein vertrag und da die eu eine bank ist müssen sie schon mal ein vertrag machen und wenn man den vertrag nicht will fällt mir zurück in die ursprüngliche bundesstaaten angehörigkeit das ist das was passiert wenn man den personals was abgibt so und dann ja ist es dann nur noch eine sportliche aufgabe die sich von der gemeinde bestätigen zu lassen und das funktioniert nur mit einem schachzug sage ich mal ich sag mal nicht trick ich sag mal schachzug man muss folgendes wissen es gibt eine grundregel dass in der gleichen normen hierarchie immer dass wenn sich zwei gesetze wieder streiten das jüngere gilt unter der voraussetzung dass beide gültig sind da gibt es eine zweite regel wenn ein gesetz ungültig ist gilt das letzte gültige muss auch merken und dann kommt noch dazu dass ein gesetz der höheren hierarchie das niedere bricht das heißt wenn das volk eine verfassung in freier willensabstimmung direkt wählt fällt auch die reichsverfassung von 1871 auf die füße geht nicht anders auch die dda verfassung alle verfassungen fallen genau an dem da auf die füße und zwar aus dem grund weil eine verfassung die direkt vom volk gewählt ist in höheren rechtlichen rang hat als eine vertreter verfassung weil wir haben ja nur auf die reichsverfassung 1871 ist ja von den reichsdagsabgeordneten gewählt und es ist auch so dass die dda verfassung von den abgeordneten der volkskammer gewählt also immer nur vertreter verfassung und die verfassung des souveräns wir hören heran aber derzeit haben wir keine und wir wissen also dass die 19 19 verfassung ungültig ist also gilt die zurückliegende von 1871 und bezüglich der staatsangehörigkeit sieht es genauso aus aufgrund dessen dass alle staatsangehörigkeitsgesetze das aushartigungsdatum vom 22.07.1913 haben übrigens auch den der neueste edelfehig schalten wir hoch staatsangehörigkeitsgesetz steht hier und da seht ihr hier aushartigungsdatum haben wir wieder hier unser beliebtes 22.07.1913 also haben wir einen neuen edelfehig und da ist schon 27 2 das heißt wenn wir die jetzt wegen gefälschung von gesetzen in anspruch nehmen haben wir also zwei jahre zeit sie wegzuklagen also gesetzfähigen ist schon eine steile nummer und noch eine schöne geschichte guckt mal hier paragraf 3 ist was eingebaut und zwar paragraf 3 absatz 4a also irgendwann wenn an irgendwelchen baragrafen a oder b oder c oder irgendwelchen anderen buchstaben dran steht wisst ihr ist im original nicht vorhanden es gibt im ganzen kaiserlichen recht keine baragrafen mit buchstaben und das nächste wo ihr so stutzig werden müsst dass es sich um ein fehlkantel ist wenn dann steht nicht amtliches inhaltsverzeichnis da muss ich ja überlegen souveräne staaten haben sich ja ansicht dass ihre gesetze keine amtlichen gesetze sind in anführungsstrichen also muss doch einfach mal nachdenken was da wohl nicht stimmt also staaten haben immer amtliche inhaltsverzeichnisse wenn steht nicht amtliches inhaltsverzeichnis ist das gleiche hallo jurist erstes semester du hast ja einen feg so ist es so der rechtsanwalt ist darf seine mandanten nicht darüber aufklären wenn das system den den mandanten um die rechte beschneidet dafür muss er bei der kammer unterschreiben sondern was ist denn das vermieser anwalt der seine mandanten nicht berät was ist das problem wenn ich den mandanten sagen hier ist ein buchstaben 4b 4b gibt es im ausfertigungstext vom 22 7 überhaupt nicht du musst einfach mal nachwaschen aber den antrag musst du stellen ich darf es nicht machen wo ist denn das problem ob es ist ein anwalt einfach auch mal sorgen und ein bisschen vorwissen haben wenn du mich irgendwo reinlaufen lässt und du hast die pflicht mir mehr zu dienen als deinem wünschchengeber den klicken wir alle wieder ein problem so aber das führt einem dazu dass man sich selber erst mal belesen muss und zu diesem zweck haben wir eine kammer gegründet also die jenischen leute die sich über das recht befassen wollen haben wir eine freie bundesadvokatenkammer für deutsche juristen gegründet und da kann man also mitglied werden und dann wird man regelmäßig geschult in den dingen da muss man kein rechtsanwalt auch kein richter sein das reicht wenn man den willen mitbringt sich zu belesen und schrittweise in die thematik rein zu steigen einfach um sich selber zu schützen dass man selbst edelfähigst erkennt und notfalls auch anderen helfen kann man muss weiter wissen das wird ihnen manchmal erzählt es gibt das sogenannte rechtsberatungsgesetz wenn ihr das wort hört müssten sofort alle alarmglocken angehen das ist ein gesetz von adolf hitler steht um anwendungsverbot ist übrigens auch wieder vergeltungsbereich gelöscht das ist der gesetz des text existiert kann also immer bestandteil einer chef anweisung sein also das personal gilt für den staatsangehörigen nicht genau in dem moment wenn es schon wenn der chef also den paar merkel der generalfall macht ausgegeben hat im geheimvertrag dass alles unrecht von den gerüchten durchgewogen wird dann hast du ganz schlechte karten deswegen personalausweis abgeben schnellstens und zwar bevor es den ganzen europa dreck auseinander hat das kann ich jedem empfehlen aber wie gesagt unter den vorbemerkungen sein vermögen und seine einkommensquellen zu sichern also sich mal mit dem gedanken befreunden eine selbstständische tätigkeit auszuführen und da auch eine dienstleistungstätigkeit sich auszusuchen also kein produktionses gewerbe und dienstleister da gibt es eine ganze menge in deutschland sind sehr viele dienstleister weil die alle das gleiche problem haben das macht ja nichts für dienstleister seine arbeitsquelle ist immer vorhanden weil es gibt immer was zu tun und er braucht keine produktionsanlage da ist ein dienstleister und wenn man eben die produktionsanlage nicht wegnehmen kann und trotzdem einkommen generieren kann dann hat man schon eine gute vermögenssicherung so ihr habt ja immer die pfällungsfreigrenze könnt also ich immer nach und erarbeiten ihr müsst keinem arbeitgeber katz buckeln und wenn es dann doch mal ein monat nisserisch geht kann man ja beim arbeitsamt immer noch nachkohlen das geht schon das ist natürlich keine general geschicht aber für die leute die ihr unrecht zu ertragen haben ist es eine methode seine familie und sich selber über wasser zu halten und wir hoffen und beten dass diesen dreck bald zusammenhaut der hier seit 100 jahren mit dem volk umgesprungen wird also das volk verraten wird durch parteien diktatoren und dass wir die direkte demokratie greift weil die ist im kaiserlichen recht fest verankert also staatliche recht ist ein direktes mandat was die volksvertreter brauchen dafür stehen sie mit ihrem namen und bei hochverrat gibt es empfindliche strafen dann muss ich jetzt nicht erläutern dass das einmal nachlesen wie das dann gehandhabt wird in wien gibt es da übrigens ein hof scharf richter die hochstraf daten und ist eigentlich ungarn abmahnt gut in deutschland was das ähnlich was nicht wo es war aber sicherlich irgendwo in berlin gott ist das mal dass bis zum personal als weiß jetzt haben wir die geschichte wir machen eine in der abgabe erklärung des personal als weiß es noch eine personenstandserklärung sein und dort schreiben wir rein es gibt keine juristischen juristische person meines namens und da steht familien und vorname es gibt nicht den namen name ist immer eine sache familien name ist ein mensch oder frau also mann oder frau mensch ist auch schon wieder eine abgeschwächte form unterscheidet das her also mann oder frau und dann immer vorname und familien der eine oder andere wird sich gefragt haben was dieser ganze gender mainstreaming dreck soll also gibt ja viele die jetzt eine gleichmachung zwischen mann und frau fordern da fragt man sich was das soll also wer nicht in der lage ist ein mann von einer frau zu unterscheiden da ist einfach schwachsinnig da wird nicht eingeschult so fragt man sich warum wird das jetzt gemacht ja da müsste man einfach mal ein zwei gesetz gucken da steht nämlich drinnen dass die über 26 jährigen männlichen nach staatlichen recht beiberechtigt sind wenn man die gerne mainstreaming geschichte durchzieht dass man also kinder und erwachsene gleichstellt mann und frau dann kann man natürlich jeden wählen lassen und so tun als hätten wir eine gültige wahl das steckt dahinter und nichts anders es gibt kein sinnvolles konzept mann und frau durch die ideen eine genre ich sag mal spinner zu entrechten oder so eine frau ist eine frau oder mann ist ein mann und frau hat auch recht das kind schützen oder schwangerschaft und ihre besonderen schützbedürfnisse also wenn es in der regel schlecht wird oder so dass er freigestellt wird auch wenn es das geht oder da auch der frauen ruhe haben das brauchen das muss eben auch da sein andererseits ist es natürlich auch so dass wir der kinder mainstream geschichte natürlich auch die rechtstellung des mannes untergaben wird hängt auch mit unserem mindestlehnen zusammen muss man auch wissen der mindestlohn liegt ja dazu dass beide elternteile arbeiten müssen und damit hat der staat eine einfache möglichkeit in der familie rein zu greifen und die kinder in eine richtung zu erziehen oder zu beeinflussen die für alle beteiligten nicht gut ist und man sieht ja wie heute die länder einem überall knapp über mindestlohn kalkuliert werden und das kann auf dauer nicht gut sein und das haben eben unsere volksverräter zur verantwortung und werden wir verantworten soweit das euro system lemming macht was wir jeden tag erwarten ich sag's immer wieder so wir sind also jetzt dran an der abgabe erklärung so dann gebt ihr eurem personalausweis ab die abgabe erklärung lässt euch abzeichnen gleich als empfangs bestätigung alles in allem also die personenstandserklärung schiebt wird mit unter ist auch ein gutes recht weil kompetente verträge hinter eurem rücken müsst ihr nicht akzeptieren also eine vereinbarung die dritte hinter eurem rücken treffen ist 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 nichtig also rundstunden rundfunk staatsvertrag der gez den kann es nicht geben weil das bundesland mit der rundfunkanstalt einen vertrag macht und die hat keine auswirkung auf einen selbst außerdem kann staatsverträge nur die verweser unterschreiben es gibt aber keinen verweser weil auch die gez nicht vom kaiser gewählt worden ist ich glaube nicht dass der kaiser gez gezahlt hat so weil ich nicht in euro ist das thema endlich mal durch habe ich mal die z und co staatsverträge gibt es keine so wenn das ding abgegeben ist holt eure wahl benachrichtigung hervor und moment noch ein schritt nachdem die der person abgegeben ist wollte euch wieder eine meldebescheinigung aber bitte erst nach dem zwanzigsten tag also er lässt den 14 tage zeit und noch etwas zeit um die post zuzustellen weil da kommt sie nämlich ein verwaltungsverwaltungsgesetz aber nach dem zwanzigsten tag ist auch diese tür versperrt und wenn ihr nach dem zwanzigsten tag nachdem man den personal als alles abgegeben hat holt er wieder eine meldebescheinigung zieht die nummer noch mal und auch die erweiterte könnte am gleichen dach holen dort muss die staatsangehörigkeit umgetragen worden sein ist das nicht passiert macht sich der bearbeiter straffbar weil die personaleigenschaft des personaleigenschafts überblende die staatsangehörigkeit aber nach ablauf der abgabefrist plus verwaltungsfrist 14 tage muss die so umgetragen werden das heißt in meinem fall müsste sachsen stehen nur sachsen großes s rest klein in anderen bundesstaaten gibt es dann auch irgendeinen bundesstaat des kaisers da dazutritt muss einfach mal eine alte karte rausziehen da seht ihr ja in welche gegend ihr euch einordnen müsst so und es kommt noch eins dazu ja ihr seht ja hier im stack da steht hier weggefallen wenn ihr irgendwas seht wo da steht weggefallen in klammern ist es immer ein hinweis dass ihr an das gesetzblatt des tatsächlichen ausfertigungsdatums reinschaut aber mal reingucken was im paragraf 2 steht im paragraf 2 steht dass wir als das notringen hier noch mit als bundesstaat angeführt ist und die staatsangehörigkeit der schutzgebiete als inland gelten also muss ich überlegen welches sind die schutzgebiete die schutzgebiete stehen bei deutscheschutzgebiete.de guck mal rein und wenn jemand aus deutsch südwest hier kommt ist er deutscher staatsangehöriger warum ist es so weil auch das tag des haushaltigungsdatums 22.7 1913 ich schalte mal richtig hin damit ihr es wieder sehen kann auch im video und demzufolge dieses weggefallen nicht gilt weil der kaiser hat nichts geschlichen so und das stadtangehörigkeitsgesetz endet natürlich auch mit dem drücken das ist der letzte 41 und dann steht unten drunter urkundlich unserer höchsteigenen unterschrift ja auf der an bord der mv holen hier hinten im stack findet man natürlich nicht weil die frau merkel haben sie nicht eingeladen oder wo es war was steht da gibt es bei zeit gibt es auch in der 42 ihr wisst dass die frau merkel keine zeitreise gemacht hat die ist nicht mit star wars geblieben wurden und hat mit dem kaiser kaffee trinken gemacht und da hat er ein neues staatsangehörigkeitsgesetz ausgefertigt und dann ist er zurückgereist und ja das ist also ein edelfeig das ist eine fälschung dieser blick hat kein staatliches staatsangehörigkeitsgesetz